Okay, danke alle zusammen, dass ihr so schnell gekommen seid. Und genauso wie oben auf dem Berg auch schon, fangen wir erstmal an mit Monika. Ich möchte den heutigen Tag metaphorisch gesprochen diese Zeitlinie in Lemurien repräsentieren lassen. Wir haben ja unseren Tag damit begonnen, dass wir auf den Berg hinaufgereist sind. Und in lemurischen Zeiten gab es auf dem Gipfel des Berges den sogenannten Verjüngungstempel. Und so haben wir also den Tag begonnen, indem wir uns selbst verjüngt haben, oben auf dem Gipfel des Berges. Und nachdem wir nun heruntergekommen sind von diesem Berg, finden wir uns auf einer Insel wieder. Lass diese Insel für dich zum Inbild oder Sinnbild für Lemurien werden. Lass dich von diesem Moment des Verbundenseins zurückführen zu deiner ursprünglichen Akasha-Chronik. Und diese ursprüngliche Akasha-Chronik war voll von göttlicher Weisheit, göttlichem Wissen. Und diese ursprüngliche Akasha wusste, dass du ein wunderbares Wesen bist. Und diese ursprüngliche Akasha mit der lemurischen Saat, die da angelegt wurde, trägst du noch immer in dir. Genauso frisch wie an dem Tag, wo du sie erhieltest. Und mit dem Eintreten des großen Wandels erwacht diese lemurische Saat aufs Neue. Und das ist deine Zeit, um dich daran wieder zu erinnern, dich damit aufs Neue zu verbinden. Und metaphorisch gesprochen werden wir in unsere Kanus steigen, wenn wir die Insel wieder verlassen. Und das ist dann der Ausgangspunkt dafür, dass wir losziehen, um dem Rest der Welt zu begegnen. Genau wie die Ur-Lemurier, ausgesandt wurden in die Welt mit einem bestimmten Auftrag. Nämlich diese ursprünglichen Kernlehren weiterzutragen auf den restlichen Planeten. Und wir leben heute in außergewöhnlichen Zeiten. Endlich ist der Planet soweit und wartet schon auf uns. Wenn ihr diese Insel wieder verlasst, werdet auch ihr etwas strahlend Mächtiges mit euch nehmen. Was ihr mit euch nehmen werdet, über das Wasser. Und alle, denen du begegnen wirst, werden beeinflusst werden von dem, was du in dir trägst. Das ist die Aufgabe der neuen Lemurier. Mitgefühl und Liebe mit dir zu tragen. Und diese Weisheit und dieses Wissen zu sein, das so dringend benötigt wird. Und wir tragen das auf die gleiche Weise weiter, wie der Berg diese Energie hält. Genauso wie es Bäume gibt, die wir begrüßt haben, als wir die Insel betraten. Sie haben ja diejenigen unter euch eingeladen, auf sie zuzugehen, sie zu berühren. Sie haben euch nicht zugerufen oder sie haben nicht die Zweige benutzt, um euch dahin zu ziehen. Sondern es war dieser ewige Frieden und diese Energie in dem Baum. Seid gegrüßt, meine Lieben. Ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst. Das ist keine lange Botschaft. Aber sie wird Dinge offenlegen, die ich noch nie offengelegt habe. Zunächst einmal gebe ich meinem Partner die Erlaubnis zu diesem Channeling an diesem Ort. Die Ahnen sind nicht mehr hier, die man um Erlaubnis fragen müsste. Und so erteile ich die Erlaubnis. Weil dies ein heiliger Ort ist, mehr als ihr wisst. Ich möchte einige von euch herausfordern, noch einmal das Ganze durchzugehen und herauszufinden, was hier wirklich passierte. Eine Insel im Bodensee. Und jetzt nutzen wir die Gelegenheit, euch Informationen zu geben, die ihr wissen müsst. Es geht um die Vergangenheit, meine Lieben. Es geht um die uralte Vergangenheit. Wir möchten euch etwas sagen, etwas Tiefgründiges, was ihr wissen solltet. Was wir schon zuvor erwähnt haben über Lemurien. Nicht genau Lemurien, sondern das, was danach kam. Eingeätzt in die Erinnerung, in die Akasha, einige von euch, ist die Erinnerung eingeätzt an etwas, was ihr Atlantis nennen würdet. Und in dieser Gruppe habt ihr die Geschichte schon gehört, aber diejenigen, die dies später hören, haben sie nicht gehört. Die Lemurier haben viele Inseln besucht. Und viele dieser Inseln sanken oder wurden zerstört durch Vulkantätigkeit. Über eine lange Zeit hinweg einige davon im Pazifik, andere im Atlantik. Die letzte, in neuester Zeit, befindet sich im Mittelmeer. Bedeckt von Wasser. Da ging es sehr schnell. Und all dies verschmilzt zusammen in eure Akasha. Als ein Ort, wo ihr euch befandet, als ihr ein dramatisches Untergehen oder Explodieren erlebtet. Und aus dieser Gemengelage entsteht eure Erinnerung an Atlantis. Zwei Punkte. Nummer eins, es gab viele dieser Art. Aber eure Akasha erinnert sich an eine. Und die Akasha basiert nämlich nicht auf Zeit oder Jahren, sondern auf Energie. Und hier jetzt das andere, Punkt zwei. Es gibt mythologische Überlieferungen. Die besagen, Atlantis sei zerstört worden. Aufgrund dessen, was Menschen dort machten. Meine Lieben, ich habe euch etwas zu sagen in aller Liebe, allem Mitgefühl. Gott verleiht dem Menschen keinen freien Willen und verurteilt ihn dann genau deswegen. Ich sage es noch einmal. Gott verleiht dem Menschen keinen freien Willen und verurteilt ihn dann für die Entscheidung, die er getroffen hat. Dieser Mythos, der bei euch kursiert, ist falsch. Und ihr habt das offensichtlich vermischt mit Sodom und Gomorra. Es ist nicht so passiert. Der liebende Gott, der euch geschaffen hat, urteilt nicht. Er ist nicht rachsüchtig. Und er zerstört keine Inseln, weil ihr etwas falsch gemacht habt. Menschen wählen aus eigener, freiem Willen ihre Schwingungsebene. Das nächste, was ich euch sagen will, ist das erste Mal, dass ich das erwähne. Es herrscht Verwirrung darüber, wie viele Zivilisationen es schon gab, vor der, in der ihr euch gerade befindet. Und der Grund dafür ist der, dass eine davon verschmolzen ist und überging in eine nächste. Es gab keine scharfe Trennungslinie zwischen ihnen. Bei den anderen war das so. Selbst die eure hat keine klare Trennlinie. Lasst es mich erklären. Es gibt die Wahrheit des Timings. Vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass die Präzession der Tag- und Nachtgleichen, dieses 26.000 Jahre umfassende Wackeln der Erde, zum Markierungspunkt geworden ist. Es ist ein spiritueller Markierungspunkt. Wenn ihr es nicht geschafft hättet, über diesen Punkt hinaus, meine Lieben, dann hättet ihr euch selbst vernichtet. Und selbst noch in den Jahren um 1980 wart ihr kurz davor, euch selbst zu vernichten. Und ihr habt es nicht getan. Was sagen die Tibeter hierzu? Denn sie verfügen über mit die ältesten noch existierenden Büchereien, Bibliotheken auf der Welt, die mindestens drei dieser Zivilisationen überlebt haben. Bücher, die nicht bekannt sind, die aber entdeckt werden können. Und hier ihr Inhalt. Sie besagen, vor 2012 hatte es fünf Zivilisationen gegeben. Und das stimmt. Ihr befindet euch nun in der sechsten. Einige haben gesagt, in der fünften. Selbst mein Partner ist diesbezüglich in Verwirrung geraten. Und hier der Grund dafür. Weil einige der Zivilisationen übergehen in andere. Und nur die Energie verändert sich. Und sie haben sich nicht zerstört. Lasst mich euch die Ahnenfolge nun schildern. Und die Zeitpunkte. Zivilisation 1 befasste sich mit Neuanfängen. Und dauerte ungefähr 5100 Jahre. Und bei ihr waren nicht viele Menschen beteiligt. Nicht vergleichbar mit der heutigen Zivilisation. Und es ging über von dort hin an eine Zivilisation namens Nummer 2. Ohne sich selbst zu zerstören. Aber Nummer 2 handelte es sich um die Entdeckung der Dualität. Dort begann die Entscheidung zu fallen über die Schwingung des Planeten. Diese Zivilisation hat sich zerstört. Und als sie von Neuem begann, wurde Zivilisation 3 dann zur katalytischen Zivilisation für das, was folgte. Und was dann bei 3 passierte, wurde zum Katalysator für 4 und 5 und 6. Das, wozu es dann hinführte, nämlich Zivilisation Nummer 4, war ein Bündnis mit Gaia. Die Entdeckung, dass die Erde Teil eines Systems war. Man sieht das heute noch in eingeborenen Kulturen, wo es immer weiter und weiter gegeben wurde. Willkommen in Zivilisation 5. Das ist die Zivilisation, die ihr für euch beansprucht. Was ist die lange Zählung des Maya-Kalenders? Es ist 5.120 Jahre. Das ist der Markierungspunkt. Wie lange ihr gehabt habt. Es begann, meine Lieben, erst einmal sachte im Industal. Diese 5. Zivilisation. Und ging dann weiter in das, was ihr Ägypten nennt. Das ist eure Geschichte. Das ist die Geschichte, die ihr kennt. Und deshalb glaubt ihr, ihr seid erst 6000 Jahre oder so hier. Und ihr seid schon weitaus länger hier. Und nun zähle ich die Menschen nicht mit, die schon vor der Zeit, vor 26.000 Jahren hier waren. Sie zählen also nicht als die Zivilisationen, die wir so zählen würden, wie die 6 anderen. Aber sie waren schon für eine volle Wackelbewegung der Erde, eine Schwankung da, bevor die Zivilisation zu zählen begann. Um es noch einmal zu sagen, ihr habt also Menschheit schon hier in zivilisierter Form seit 50.000 Jahren. Aber erst in den letzten 26.000 Jahren beginnt die Zählung auch bei den Tibeter. Ihr kennt die Geschichte. Die Mauer fiel. Die Sowjetunion hörte auf zu existieren. Und alle Vorhersagen der Zeitalter waren hinfällig. Es ging hinüber in 2012 als die 6. Zivilisation auf diesem Planeten. Tibetische Numerologie hat sich damit befasst. Was bedeutet 6? Harmonie. Gleichgewicht. Und Liebe. Was für ein Zufall. Dass die Zahlen genau das ergeben. Was man in alter Zeit definiert hat. Überlegt es euch. Das ist eine neue Zivilisation. Sie hat gerade erst begonnen. Und ihr seid hier, um sie voranzutreiben ins Licht, meine Lieben. Das ist tiefgründig. Und so ist es. Und so ist es.